Hallo und willkommen zurück, nach dieser kleinen Unterbrechung. Na gut, ich habe das jetzt so geregelt, dass das jetzt aus zwei verschiedenen Folgen gemacht ist. Und ich hoffe, ihr habt jetzt nicht dagegen. Na gut, ich habe das sowieso so gemacht, ich habe es jetzt so für mich entschieden. Weil ich wurde jetzt gerade ein bisschen unterbrochen, bevor ich jetzt hier eine Pause reingeschmissen hätte, habe ich lieber daraus zwei Folgen gemacht. Aber wir waren jetzt hier im Rathaus, wir waren jetzt auf der Erkundung dieses Turms. Ja, klasse. Wow. Anfälle, Anfälle, Panik. Achso, ja, ich könnte ja Doppelsprung machen. Na, ich bin vollidiot. Okay, was ist hier oben? Oh, der Bürgermeister. Oh, er lebt noch. Kani, ist das du? Oh, mein Gott, Gearwheel. Und ich dachte, ich würde nie wieder sehen, dass ich ein Living Robot wiedersehen kann. Aber wie ist es, dass du noch arbeiten? Solar Cells? Why, of course. Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Ich muss nur, weil ich es nahe zu den Runden bin. Bis jetzt, ich dachte, dass ich nur als ein Gewalt für meine Schuld. Aber jetzt, ich sehe, dass wir zusammen eine Chance haben, zu machen, alles richtig zu machen. Nach dem Crystal hat sich nicht verletzt, vier oder fünf Beams von den Power Sources sind, sind wirklich gebrochen. Aber die letzte, zu der Norte, mirakulösisch, bleibt unvergänglich. Wenn du möglich, zu starten die Standby Generator in der Basement, Vielleicht kann ich den Teleport an den Norden Länden aktivieren. Geh meinen Stich, es ist die Schlüssel in der Basis. Power-Stock Uh, wieder auf für uns das Dunkle. Da finden uns doch so alle... ...dann schon wieder heimlich. Dunkeln ist gut, Munkeln! Das Böse besser hätte mich jetzt beinahe erschlagen. Oh. Und wie habe ich das... Teilweise gemerkt, dass da ein geheimer Raum... Ist das ein geheimer Raum oder... Ist das kein geheimer Raum? Äh... Hast du jetzt das Ecke pritzelt bekommen? Ich habe irgendwie das Gefühl, das war kein geheimer Raum. Schade, dabei habe ich schon mal gedacht, dass ich das schon eh gefunden habe im geheimen Raum. Naja... Wir werden gleich mal zurückgehen in die andere Richtung. Weil hier geht es echt nur weiter und weiter und auch dahin geht es nur weiter. Auf nochmal zurück. Huch, Glück gehabt. Ah, ok. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Na, kein Wunder. Oh. Oh. Also hier brauchen wir den Schlüssel? Müssen wir den Schlüssel suchen. Soll uns ja nicht aufhalten. Wir sind Kenny! Kenny schafft alles. Oh, und da ist der Schlüssel schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind gerade eben schön runtergefallen. Noch eine Etage tiefer. Okay, mit unserer Gesundheit sieht es noch gut aus. Okay, ich gucke mir sogar nach, dass es da irgendwie weg geht. Entschuldigung. Oh. Ein kleines Haus... Haus, leise ich mir auf. Oh. Wo versteckt es denn hier? Oh da hinten. Ratte. Oh, was? Oh. 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 Frühaufsteher. Das kann ich persönlich nicht bewegen. behaupten, dass ich wirklich ein Frühaufsteher bin, ich schlafe lieber noch. Also wenn bei mir früh ist der Wecker klingelt, ich muss drei Wecker klingeln haben. Ich stehe beim ersten hier auf, beim zweiten stehe ich hier auf und beim dritten naja, muss der halb aufstehen. Also ich bin auch der Erdverfechter, ich stehe dann auch wenn ich's will, aber das ist ja leider... halt eben deswegen, man muss halt eben aufstehen, weil ohne Arbeit gibt's keine Knete. So, haben wir den Schlüssel jetzt eingesammelt gehabt, nochmal gucken können. Weil ich sehe das Symbol vom Schlüssel nicht. Aber ja, wir haben den eingesammelt. Gut. Vorsicht ist die Mutzler Porzellankäste, einfach nochmal nachgucken. Kostet ja nicht, schadet ja nicht, doch kostet schon was und zwar Zeit. Verspringen wir halt mit dem größten Teil des Wecks zurück. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Hier geht's weiter. Wir haben Laboraturschlüssel. Na komm. Bam. Aua. Jetzt bauen wir den. Das war jetzt leider unaufmerksamkeit von mir. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. So, der Generator läuft wieder. Wunder doch gut. Zero and one. Canny, you started the generator. No one knows what happened to the power stations in the provinces. Everything must have been completely eaten with rust there. But if we were able to repair those beams and focus them in the tower once again, we would have a chance to grow a new great crystal. You are a real robot, Canny. If only I had been as brave that day. I will wait for your radio signal here and good luck, my friend. Cheers. Although Canny was a robot, he did not trust teleports too much. And though he seemed calm on the outside, deep inside he was afraid. However, dimensional transport of matter went off without a hitch. The northern province appeared to be a desolate but beautiful place. For a moment, Canny even forgot why he had come here. When suddenly... Hmm. So fühle ich mich meistens auf, wenn ich... Ich würde jetzt nicht sagen, anged... anged... besorfen, aber angeschickert nach Hause komme. Also wir hatten das noch nie gehabt. Wo bin ich denn? Okay, kann man das anschalten? Nein. Aber bevor wir jetzt diese Gegend hier erkunden, verabschiede ich mich wieder von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und lasst euch die Zeit nicht so lang werden. Wir sind gleich wieder für dich da. Beziehungsweise ich bin gleich wieder für euch da. Beziehungsweise bei der nächsten Folge. Also, macht's gut und ciao.